Man muss jetzt tolerant sein. Ich sag, das ist hochinteressant. Weil ich bin in der Fußgängerzone. Ich bin in der Fußgängerzone, kommen Sie auf mich los, gell? Sind Sie auf mich zugegangen. Sind Sie tolerant? Ich hab den bloß angeschaut. Ich hab gesagt, Spezi. Dass wir uns klar verstehen. Für meinen Bedarf gelangt's, hab ich gesagt.